So, Milch getrunken und mal eben Lava löschen. Ja, die Lava hat doch mal Realismus ohne Ende. Sehr hübsch. Oh? Okay. Da leuchtet was, was nicht leuchten sollte. Was ist das? Sieht nach Außenposten aus. Ja, das ist der Posten, den ich gesucht habe. Es gibt hier nur leider kein Bett, sondern nur ein Licht und eine Werkbank. Das ist halt dieser Eingang. Und setze mich das Ende dieser Karte. Wow, scheiße, scheiße, scheiße. Keine Lust auf den Kampf jetzt. Ernsthaft? Mal ganz spontan in eine tiefe, tiefe Schlucht geflohen, weil ich keine Lust hatte, gegen das Vieh zu kämpfen. Und hier ist Eisen. Okay. Dann brauche ich wieder die Spitzhacke. Ich habe nämlich absolut keine Projektierung getroffen für eine unterirdische Basis. Ich muss jetzt aber mal eben eine bauen. Und dafür brauche ich ein paar Fackeln, die ich dummerweise nicht gemacht hatte. Und eine Werkbank, die ich leider nur oberirdisch hatte. Aber der Werwolf macht es mir nicht einfach da oben. Nein, nein. Leichter Abstecher nach unten. So. Zwei Öfen, reicht genau. Ah, ich habe kein Holz für die Öfen. Und damit habe ich auch kein Holz für die Betten. Mann, nee. Okay, ich bin wieder geheilt. Bin wieder satt. Und da oben ist der Werwolf. Ah, shit. Unangenehme Nacht, nur weil ich nicht genug Holz mitgenommen hatte. Ähm. Ich glaube, ich muss das Holz hier wieder hacken. Eins, zwei, drei. Für ein Bett. Und, äh, der Rest geht wirklich wie eine Fackel drauf. Ich hätte das Holz im Käfer verwenden sollen. Aber ich kann keine Fackeln aus den Dingern machen. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das heißt, ich schlafe im Dunkeln. Nein, ich habe keine Kohle hier. Mist. Ich mache mir mal zwei Stäbchen. Mit den zwei Stäbchen kann ich mir zumindest eine Eisenspitz-Axt machen. Darauf eine Spitz-Axt. Darauf war ich schon mal vorbereitet. Aber nicht darauf, dass mir das Holz zu schnell ausgeht. Ich hätte unterwegs Holz hacken sollen. Genau. Aber ich labere mich nur den Wundfüslig und habe vergessen, unterwegs Holz zu hacken. Erks. So, ich hätte hier gerne etwas Kohle. Was zum Hänker? Mein Inventor ist schon wieder voll. Na gut, Eisenerz. Ich habe nicht mal genug Holz für eine Kiste. Oh, und, äh, ich kriege jetzt auch Erfahrungspunkte durch Minen im Level-Up-Mod. Ich kriege durch das Minen alles Erfahrungspunkte. Das ist sehr schön. Oblivion kann hier noch was lernen. Ich habe aber keine Sachen zum Verbrennen. Keinen Brennstoff. Gib mir doch mal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Mal gucken, vielleicht ist hier irgendwo unter dem Gewerbe Kohle versteckt. Ich gucke mal, ob es auch hell genug ist. Option. Video-Settings. Breitnis ist hell genug. Ich habe halt nur keine Fackel gerade. Und, äh, mit dem Texturen-Pick ist, äh, die Erde noch dunkler und, äh, der Stein, nein, die ist dann heller. Zu viel Lichterz-Fantast für meinen Geschmack. Tja, hier gibt es leider keine Kohle. Habe ich den einen? Nein, habe ich auch nicht. Aber hauptsache ein Mossy Cobblestone. Ne, ist klar. Komm, heb das Zeug hier mal wieder auf. Bist du immer noch der Wehrwolf oben? Jep. Böser Wehrwolf. Ich habe keine Lust auf dich. Upsa. Nein, das will ich nicht haben. Cobblestone. Danke. Ich möchte ein bisschen wehrwolf-sicheres Gelände haben. So, damit er nicht einfach so hier runterfallen kann. Da hucke ich lieber im Dunkeln alleine, als mit dem Wehrwolf da oben. Ich habe leider keine großen Aussichten, gegen den jetzt zu kämpfen. Durch den Fall ist meine Rüstung zu sehr beschädigt worden. Ich brauche jetzt wirklich Kohle, sonst kriege ich nichts für Fackeln zusammen. Ich habe unterwegs Holzsachen vergessen. Ja, wunderbar.